was geht ab leute wir sind es wieder eure dart profis nike und nro haben heute einen schönen tag mal wieder wie ihr seht hier läuft da da wird gespielt hier ist einfach genau wir sind der dart hier ist der annieberg quasi und wir haben gesehen der deutsche tovias hempel rasiert das ist gut wir sind dabei also wir drücken die daumen für dich du wirst das noch groß raus bringen du wirst das ding gewinnen die 500.000 preisgeld gehen nach deutschland aber ich sag dir bruder wenn du da jetzt raus fliegst lass dich hier nicht blicken in unserem tempel hier kommt vorbei wir machen dich platt wir zeigen dir wie man das richtig macht und mal als beweis pass auf muss kurze cut absetzen gewesen als beweis nikero wirft 180 und danach werfe ich die 180 mit ansage was wollt ihr tun guckt es euch an alle drei drin und wisst ihr was weil es so schön ist mach ich jetzt auch noch eine jetzt wird los enero mit der 180 so pass auf jungs das war schon mal sehr gut 120 was los don't fuck with enero so tobias hempel siehst du das komm hier komm in die hund wir machen dich platt komm in 083 genau genauso wie wir essen die knechte gerade spielen espinel und mörnen ihr beiden bruders mit dem tape mit dem kinesio tape come to germany come in our hood we will fuck your ass und schaut auch noch an unseren treuen fan der jetzt auf unserer seite ist ich weiß nicht wie er heißt äh äh ne wie hieß ne ja du weißt du weißt der typ aus den kommentaren karbonat erol karbonat erol unser treuer fan ja und funny people wir haben jetzt zu dem zeitpunkt wenn ihr es seht wir haben die tausend like ne aufrufe die tausend likes auch auf das video warte mal kurz ein cut cut dann sieht man uns auch beide wieder wir haben die tausend aufrufe auf das seven versus white video geschafft beziehungsweise auf das ansage video gegen thomas gast thomas was ist noch nicht gemeldet du wichser komm komm dann mach ich das überpiefig das ging nicht thomas komm meld dich wir machen dich platt aber ansonsten müssen wir sagen danke liebe fans für die tausend aufrufe danke für eure treue genau und jetzt es wird auch gleichzeitig unser weihnachts special weil wir machen wir zwei mit einem und unser 100 abonnenten special das auch ihr wisst road to million ihr seid dabei ihr schreibt bitte alle in die kommentare ab welcher abonnentenzahl ihr äh finden könnt wer der erste treue abonnent war weil der kriegt ein besonderes geschenk der kriegt nämlich die zahnbürsten aus holland auch ja aber die haben wir schon nicht verlust ne hat auch keiner richtig gehabt ja aber wenn ihr wenn ihr ähm wenn ihr wirklich die zahnbürsten haben wollt dann schreibt es einfach nur mal plus 1 in die kommentare und dann gehen die zahnbürsten auch raus an euch tanzverbot habt ihr auch schon benutzt ja und ansonsten können wir zum abschluss nur noch sagen für 15 prozent bei dart shoppers benutzt ihr den code nro et nikeru und dann würde ich sagen das war es mit uns haut rein pssst Vielen Dank.